Was ist los im Kosmos und auf der Erde? Liebst du auch das Wort eigentlich so sehr wie ich? In meinen ganzen Beratungen und Seminaren mache ich immer wieder darauf aufmerksam, dass das Wort eigentlich nur ein Lückenfüller ist. Eigentlich müsste ich im Bett liegen. Ich hatte vor zwei Tagen eine Zahn-OP, und ich werde nochmal ein eigenes Video dazu machen, weil ich es sehr, sehr wichtig finde, auf Zahn-Thematik aufmerksam zu machen, die mich mein ganzes Leben lang schon verfolgt hat. Doch es geht heute darum, dass ich aus dem Bett ausgestiegen bin, weil ich dieses Video machen muss. Wir haben heute den zweiten Portaltag hintereinander, 1. September 2021. Und ich werde auch gleich noch zum Abschluss eine Engelkarte ziehen. Ich mache es kurz. Gestern der Portaltag war wundervoll, entspannt, keine starke Schumannfrequenz, kein starker Sonnensturm. Und ihr Lieben, wir erleben wahrscheinlich einen relativ ruhigen September. Ich bin keine Hellseherin, aber das sagt mir mein Gefühl. Wir haben so viel durchgemacht. Wenn irgendwas Schlimmes kommen sollte, starker Sonnensturm, irgendwelche starken, starken Impulse, werde ich, wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen, euch darauf aufmerksam machen. Was ich in diesem kurzen Video sagen möchte, ist, egal was passiert, bleibt einfach ruhig. Wir erleben seit über anderthalb Jahren so starke Stürme, Emotionen, kosmische Stürme. Auf der Erde geht es drunter und drüber. Und niemand kann sagen, wann das vorbei ist, aber wir können jede Ruhepause nutzen. Also lasst uns doch bitte einfach mal in den September voller Hoffnung, Zuversicht und Kraft starten. Stark verbunden mit der Erde, stark im Herzchakra. Das Bild habe ich gerade neu gemalt. Und bevor ich es zu seiner neuen Besitzerin sende, darf es jetzt hier mal wirken. Ich werde euch unten in der Videobeschreibung den Link schicken. Dann könnt ihr euch die wunderschöne Botschaft von diesem Herzchakra-Lotus durchlesen. Es wirkt jetzt genau wie das Schöpfungslicht der Freiheit hinter mir. Es wirkt einfach für dich, für euch, für mich. Und es ist nur ein kurzer Appell dieses Video. Ein Appell an dich, dass du nicht den ganzen Tag deinen Fokus darauf hast, was schief läuft. Ob das weltpolitisch ist, ob das in deiner Familie ist, in deinem Körper ist, in deinem Kopf ist. Bitte, bitte, lenke den Fokus darauf, was gut funktioniert. Ich kann zum Beispiel gerade nicht gut sprechen, geschweige denn essen. Ich werde heute wahrscheinlich auch kein einziges Wort mehr sagen. Ich könnte wie früher den ganzen Tag jammern. Aber es nützt nichts. Es macht nichts besser. Jammern macht nichts besser. Mal kurz einfach die Gefühle rauslassen. Okay. Mal kurzes Herz ausschütten. Das kann man mit dem Haustier, mit dem Schutzengel, vielleicht auch mit dem Partner machen oder einer Freundin. Und dann stopp. Wenn wir uns den ganzen Tag im Schmerz suhlen, wird er schlimmer. Ich finde mittlerweile Lösungen. Auch wenn ich Schmerzen habe, auch wenn ich mal nicht gut auf bin, ich finde Lösungen. Das ist mein Fokus. Egal was passiert. Und damit möchte ich dich inspirieren. Portal Tage wie heute und wie gestern sind Tore, durch die wir gehen können. Für mich spielt heute keine Rolle, was im Maya Kalender steht, auf dem die Portal Tage basieren. Da gibt es ganz tolle Leute. Ich habe gerade erst ein Video gemacht mit meinem wundervollen Kollegen Malki. Das verlinke ich mal hier oben. Da könnt ihr euch anhören, was er konkret zu dem heutigen Tag sagt und zum Rest des Septembers aus seiner Sicht. Meine Engelbotschaft kommt morgen oder übermorgen, etwas später als sonst. Deshalb, was jetzt für mich wichtig ist, die Energie dieses Tages. Lasst uns gemeinsam durch ein Tor gehen in eine freie, selbstbestimmte Zeit. In der wir nicht jammern, sondern für alles, was vor uns liegt, Lösungen finden. Lasst euch inspirieren von mir, von anderen Menschen im Sinne von Lösungen. Nicht im Sinne von jammern, nicht im Sinne von Angst machen, nicht im Sinne von herunterziehen. In noch tiefere Tiefen. Es ist schön, mal in Tiefen abzutauchen. Das mache ich auch gerade mit meinen Zähnen, meinem Körper, dass ich schaue, was hat das zu bedeuten. Das ist uralt. Wie gesagt, ich mache noch mal ein eigenes Video dazu. so ein ganz privates Video. Aber dann nur kurz. Und auch das nur, um mehr Frieden und Lösungen zu finden. Und dann wieder Fokus auf das klare, wahre und schöne richten. Auf unser Herzchakra, über das wir mit allem verbunden sind und über das wir in die ewige Liebe eintauchen können. Aus der dann auch Heilung kommt. Für was auch immer. Jetzt noch eine Karte für diesen Portaltag und damit auch für das Tor, durch das wir heute wieder gehen können. Kurz und knackig. Ich liebe es. Einer meiner absoluten Lieblingsengel, die ich jemals gemalt habe, der Engel der Lebensfreude. Und der Engel der Lebensfreude macht uns darauf aufmerksam. Das ist wichtig. Und Lebensfreude finden wir überall. In jedem Moment. Wir können selber dafür sorgen, dass wir sie fühlen. Denn sie ist immer da. Immer in uns. Ob wir sie fühlen, wie wir sie fühlen, entscheiden wir. Und ob du sie nur einmal eine Minute am Tag fühlst oder am allerbesten natürlich. Immer wieder und intensiv liegt bei dir. Und Lebensfreude ist das, was wirklich heilt. Darauf werde ich mich jetzt wieder konzentrieren, damit ich dann wieder für dich da sein kann. In neuer Frische. Denn für mich ist das hier, was ich erlebt habe, gerade wieder mal ein Neubeginn. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Ganz viel Liebe zu dir. Nutze den Tag. Nutze deine Lebensfreude. Nutze die Kraft der Engel, wenn du willst. Und nutze die Kraft deines eigenen Herzchakras. Ein wichtiger Weg. Dein Herzens und Seelenweg. In Liebe, deine Sonja Arie. Wir sehen uns. Ciao. Dein Herzens und Seelenweg. Dein Herzens und Seelenweg. Dein Herzens und Seelenweg.